schnibbel die stadt von alodio und herzlich willkommen zurück zu let's play battlefield 4 multiplayer mit mir dem nefkara und mehr in yoshi story und ich hatte gerade ein bisschen probleme was ist das ich habe gerade auch probleme ja aber ich habe dass er jetzt wir spielen team das match und ihr habt gerade wieder den typischen bolzen meines battlefields gesehen der ja ganz neu ist das belegung manchmal hilft manchmal dich natürlich musste ich in der zeit erst mal sterben ich wurde von einer kopfschluss ich konnte nichts machen ja bei battlefield momentan scheiße ist wir spielen auch fehlerhafte übertragungen team das wird hat ja joshi schon gesagt hauptsache ich spawn und bin direkt tot hier ist ein scharfschütze irgendwo und der ballert die ganze durch die gegend und tötet einfach alles frage sehr wo ist kein scharfschütze die sind wirklich total viele volle mega abfakt hinter dir ja hier links sind total viele wo ich hab du hast ihn wahrscheinlich getötet hat schon ja er hatte schon 93 hp verloren hinter uns oder oder wo ist ein ich schaff das doch wieder der schotflintentyp das ist überlebt man das noch einer wieder ein scharfschütze geht wieder tor wieder vom selben übrigens meine drei tote sind alle mit demselben zu verdanken also das team der ist mensch wird echt schnell gehen weil man braucht nur hin 100 ja und das gegnerische team dominiert super fett sogar hier links sind zwei ich habe nicht genügend lebensenergie gehabt hinter uns ich will hier hin hinter mir hier sind nur solche psychotypen unterwegs das war viel zu kurz wir geben euch direkt danach noch ich bin direkt tot wahrscheinlich auch ja geil ich lebe und sterbe ja die sind vor uns gespawnt alter kommen da viele raus ich weiß gar nicht wohin mit meinem gewehr ja ich kann nichts machen ich habe das problem nicht gelöst mit diesen legs ich kann da hat auch die sind auf dem dach ganz viele scharfschützen ich werde jetzt ein bisschen ausdünnen auch sniper die runde ist jetzt zu ende ich spawne genau da vor ich bin freiwillig was ist denn das für ein spawn frag mich nicht das problem ist ja auch wieder hier oben hier ist auch ein gegner ihr seht ihr noch eine runde wir haben schon verloren unser team der andere der typ hat mit 26 killste 26 2 ey alter was sind das für spawns die spawnen immer direkt in gegnern ja ich bin schon siebenmal gestorben hab nur fünf kills ihr seht das übrigens ich kann dagegen nichts tun gegen diese legs die sind richtig geil das ist so ich wähle eine waffe aus und ich habe das problem ja schon mal beschrieben das ist übrigens zufällig und scheint bei battlefield momentan gar gegen zu sein denn eine neue installation hat sich gebracht und es ist auch egal ob fraps dabei ist oder installiert ja es ist auch egal ob fraps dabei ist oder nicht also ist das ein riesendicker battlefield bolzen google hilft mir vor allen dingen nicht weil dieser fehler scheint einmalig zu sein und ja für das phantom programm fehlen mir noch die kills mit dem kampfpanzer an war wie diese gebieter server mich abfuckt vote kick den typen ohne scheiß dem sein stopp wieder da ist bestimmt stopp wie ist genauso no hardcore camping vor kick ja na klar ja klar wurde ich ja gerade nicht bin gespawnt tot von tot von tot oh nein ich storm of paras alter bei der karte und dann team deathmatch hart da ticket sind also 100 kills sind echt wenige 100 kills sind echt wenig deswegen kriegt ihr das als doppelding und dann wechseln wir direkt den server voll für den arsch der server ich hatte ja 32 leute und dann ja bei 32 leuten sind 100 kills von gar nichts da musst du jeden theoretisch dreimal erschießen ins ende im gelände da stimmt nicht ganz bei 32 leute sind eher so sieben mal bei 20 leuten ich dachte wenn 32 leute 16 pro team 7 ist ein bisschen drüber aber ist das was am nächsten dran gekommen wäre ich versuche es jetzt aber anfangen mal mit dem aufklärer ich weiß gar nicht mit was ich versuchen ich will ja immer noch alle waffen freischalten bevor denn battlefield wenn die dann wieder die performance zu bewegen ich hasse das battlefield du bist scheiß aber egal darüber will ich mich momentan nicht aufregen ich habe auch keine ahnung wie ich das verhindern kann ich kann übrigens punkbaster nicht killen also nicht neu installieren das ist auch voll geil also wenn ihr dieses problem auch habt bitte schreibt mir doch mal in die kommentare zwar ohne scheiß weil das ist ein pures battlefield problem und nichts anderes was die spiele hat dieses problem das fakt mega ab wenn man dann sechs sieben sekunden gerade auslaufen muss weil man zuletzt gedrückt hat und das spiel dann nicht mehr auf die steuerung klar kommt ich habe meinen ersten viel gemacht wurde aber mit einer schotie weggeschossen du hast wenigstens schon zwei es kommt schon der sturm weil die karte die wunde wieder so schön ist hier hört es hört man mich ja ja das ist auch gut so ich kenne mich auch gerade führig auch mal zurecht wie die uns dezimieren boah alter das ist gerade ein bisschen standbild ich habe nie standbild das problem ist ich kann nicht steuern das habe ich jetzt schon wochen lang und zwar sie dem das seitdem der patch vorm addon gekommen ist f*** dich komm her f*** dich jetzt hat er den einfach getötet meine fresse was seid ihr denn für stopp ja unser team sind wirklich voll ab ich habe den schon fast zu tode angesoftet was macht das team sich abknallen lassen alle von demselben das ist schon fast tot ALTER jetzt bin ich gestorben boah ihr seid so lame kann ey der stopp 4881 niemand hat ihn getötet bekommen willst du mich verarschen seid keiner unser team ist scheiße unser team ist scheiße ja wir möchten gegen zwei Spielkämpfe hier bobs äh ach ja hammerhart und dann draußen rum wo ich dann gar nicht gesehen gerade voll dunkel und dann im hintergrund voll hell bei mir dann kann ich nicht sehen wie überhaupt nicht man dachte im haupt nichts wie sie Alter sind da viele gegner boah nie äh wie kann das sein der typ hat mich geschaut mit einer diegel direkt der guckt mich an und dieser hier stoppvieh und dieser silencer die sind doch cheater jetzt mal ohne witz der ist richtig weit weg von mir und gibt mir ja toll ich bin gespawnt worden der ist richtig weit weg von mir gewesen also gib mir einen kopfschuss guck mal die beiden sind doch erster und zweiter das ist doch total unrealistisch der hat mir einen Headshot gegeben mit einer Diegel aus Fick dich Stampfi meine RPG Fick dich ins Knie jetzt mal ohne witz das ist doch nicht mehr feierlich hier wie der mich umgebratzt hat ja dann klappt ihr doch spring über diesen kleinen Hügel drüber Lappenspiel äh programmierungsfail äh was soll ich tun du halt bitte nicht in die ESL meiner Meinung nach boah ich drehe mich nur um und dann sagt ich könnte das super sehen wenn ich hier dieses tab drücke und bleibt das irgendwann mal kleben weil meine Steuerung dann kleben bleibt ich bin übrigens besser von ihm ja ich bin Kanonenfutter durchschnitt ach ne du hast positive Statistik wie geht denn sowas bist nicht häufig genug den Typen mit der Diegel One-Shot überm Weg gelaufen da wurdest du von dem schonmal getötet ja KILHILFE willst du mich verarschen da steht keiner von uns und ich kriege nur KILHILFE den hab ich dir grad gefniegt den hab ich dir grad gefniegt den hab ich dir grad gefniegt ja toll ich hab keine KILS deswegen und wurde dann von hinten wieder erschossen Runde vorbei und war vielleicht neun Minuten oder so ok wieso 5 sind auch 3 sind auch 2 ich war schon wieder von ich wurde das erstmal jetzt vom Silencer mit der Diegel getötet der gibt immer Kopfschüsse damit der kann das vollbombastisch gut der hat mich grad ja genau das wollte ich sagen ich war der hundertste das ganze Gegner-Type steht so aus so Psycho-Cheater der hat zwei Kugeln übrigens nur getroffen ja Leute das war der Samstag wir wollen jetzt auch so schnell wie möglich liefen Tschüss wir sehen uns morgen wieder haut rein tschau